In diesem Video stehen zwei rum, gibt es ewige Weiten, sieht ein Baum komisch aus und jage ich durch die Wüste. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, schönen guten Morgen. Ihr seht, Daten fließen. Servus, hier ist Kai von Travel Camping Living aus Marokko, tief in der Wüste. Wüste? Wüste! Draußen ist ziemlich Ruhe. Mara guckt etwas skeptisch. Zwei sind auf Fährtensuche, suchen einen Weg hier raus. Mona macht ähnliche Dinge wie ich, nur woanders. Es ist 10.30 Uhr und ich schätze, irgendwann fahren wir ab. Der Spähtrupp kommt zurück. Der Zug war ein Feld. Erkundungstour. Und? Ja, ich komme 200 Meter weiter. Olé! Hast du da gerade in der Hose? Ja. Ja, ist schon ein bisschen tricky so stellenweise, aber es geht. Wir haben jetzt glaube ich eine gute Spur gefunden, wo wir fahren können. Okay. Naja, das lässt ja hoffen. Der Go-Pilot drückt mal alle Tatzen. Ja, die Nervosität steigt. Wir sind eigentlich abfahrbereit. Bin gerade noch immer am Daten sichern. Liege aber in den letzten Zügen und jetzt hauen wir dann gleich ab. Bis zum Flussbett gibt es jetzt aber nochmal einen Kampf. Das habe ich aus der Drohnenperspektive gesehen. Die anderen sind es eher laufen. Das wird nicht einfach. Ja, das wird nicht einfach. Ja, das wird nicht einfach. Bist du in den beiden L Milliarden22-de hörst. Die ist einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ordentlicher Piste. Die Sonne scheint, es ist alles gut, bis der nächste Sandkasten kommt. Hier muss ich erstmal ein paar Spurrillen queren, um mich einzufädeln sozusagen und dann weiter zu fahren. Und der Staub beginnt von Neuem. Wir sehen hier Tino mit seinem Ford Transit, 6 Meter, 4x4 mit Höherlegung und Sperren, wie er sich durch den Sand quält und fährt. Der Ford in dieser Ausstattung, dem Sprinter in keinster Weise unterlegen oder hinterher. Wir sind hier auf ähnlichem Niveau unterwegs. Klar sind zwei komplett unterschiedliche Basisfahrzeuge, aber dennoch kommen wir im Gelände alle gleich gut und schnell zurecht und voran. So, jetzt müssen wir hier irgendwie weiterfahren. Wie genau ist auch ein bisschen unklar, aber es ist krass. Ich fahre mal ein bisschen versetzt hier. Lassen alles unter uns und hoffen, dass wir nicht umkippen. Das geht ganz gut. Der Untergrund, irgendwo wird er hart. Das Ganze ist irgendwie Flugsand oder whatever. Jetzt wird es ein bisschen schräg. Aber ja, eigentlich, ich sag ja, der Sprinter pflügt sich da schon immer irgendwie durch. Das ist nicht die Welt. Dass ich halt ein bisschen fahren kann und Glück habe. Wir haben die nächste schwierige Passage gerade gemeistert. Der Sprinter, 7 Meter, ist ein bisschen anders gefahren. Ich weiß nicht, ob sie stecken oder nur einen Weg suchen. Ich hatte ihnen gesagt, sie sollen lieber rechts am Erdwald vorbeifahren, weil wir links gefahren sind. Und das war auch nicht ohne. Tief ausgefahren, stark sandig. Wir sind also rechts dran. Und euch stehen gerade jetzt hier links. Also Problem ist, der Hauptweg ist sehr ausgefahren und ein paar Meter bergauf. Er hat versucht das mal hier auf Nebenstrecke. Da sind auch schon Spuren. Das dürfte fest sein. Es ist hartgefahren an dem Boden. Das geht gut. Der kommt zumindest hier auf die kleine Anhöhe. Und dann müssen wir weiter gucken. Bentner hat so ein paar böse Wellen in dem Weg, den ich jetzt gerade gelaufen bin mit euch. Ja, da stehst du. Nein, ich wollte, dass er da durchsteht. Nein, lassen hier langsam. Das geht gut. Und jetzt wird er den Weg finden. Gibt hier übrigens auch die ein oder andere Fliege. Wieder vereint, würde ich sagen. Jetzt wird es, glaube ich, schottriger, steiniger. Es ist übrigens nicht so, als würden wir uns hier nicht die Füße waschen. Aber einmal gelaufen, dreckig. Das ist übrigens falsche Schuhwerk. Ich weiß. Also, alle wieder hier. Das ist wirklich kein Kindergeburtstag hier. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Das verstehe ich. Und viele von euch werden uns heute Kopf schütteln und sagen, wie kann man sich sowas antun? Ja, weil es irgendwie dann doch Spaß macht und eine Herausforderung ist und ein Abenteuer. Und wir auch relativ abgesichert sind mit drei Fahrzeugen. Also. Und jetzt dümpel wir hier ein bisschen über festgefahrenen Boden und Steine und so Zeug. Jetzt zur Abwechslung mal der Berg hoch. Fort voraus fährt er locker hoch. Bisschen schneller, weil er im ersten Gang und manuell fährt. Wir fahren auch hoch. Ey, da schadet nix. Gar nix. Der fährt da einfach hoch, als wäre der Heckenberg. Das glaubst du nicht. Ehrlich. Unfassbar geil. Und das Schöne in Marokko ist, wenn einem der Weg nicht mehr gefällt, dann biecht man halt mal ab und fährt auf etwas unterentwickelten Pisten weiter. So. Jo. Kann man machen, ne? Ist auch lustig. Da sind wir wieder vereint. Alle beieinander. Alle haben es geschafft. Jetzt ist die Frage in die Richtung weiter wahrscheinlich. Kurze Besprechung. Weiter. Wir hoppeln hier jetzt über Leben. Sand ist erst mal Geschichte. Vermisst es schon. Ich bin jetzt 4215 Kilometer mit dem Auto gefahren. Möbelbau ist ruhig. Das einzige, was quietscht, ist die Schiebetür. Die fällt oben links immer gescheit ins Schloss. Das hört ihr wahrscheinlich auch immer mal im Ton. Aber der Rest vom Möbelbau macht keinen Ton. Nichts. Absolute Ruhe. Das hat schon Hand und Fuß bei Rhönkamp. Und wir sind ja jetzt doch schon einige Kilometer Offroad und Piste gefahren und üble Strecken. Also das Auto hat schon ein bisschen was erlebt. Aber eben Ruhe. Ganz nebenbei erwähnt, wir haben ja praktisch permanent Internet. 3G. Voll Ausschlag. Oder zwei Balken zumindest. Das reicht zum telefonieren. Per WhatsApp. Oder WhatsApp Messages zu schicken. Oder mal ein Bild machen und verschicken. Also echt geil in Marokko. Gott entspannen. und Musik Meine Vater Morgana. Was sehen meine verstaubten Augen da? Alter Asphalt. Junge, Junge, krasse Tour war geil. Echt der Hammer. Wir sind im Centre City Alisle. Kaum haben wir Asphalt gewonnen, das verlieren wir schon wieder. Können wir mal blinken. Auch geradeaus wäre raubig. Also macht es keinen großen Unterschied. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder das Dorf verlassen. Ein paar Meter gefahren, plötzlich Militärzone geht es nicht weiter. Jetzt müssen wir ein bisschen anders fahren. Aber bringt uns irgendwie ans Ziel. Ganz freundlich. Der Herr hat uns gezeigt, wo es lang geht. Und jetzt versuchen wir unser Glück. Wir sind jetzt übrigens wieder auf unserer ursprünglichen Route. Pistenkuh, die nach M. Hamid mehr oder weniger führt. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Sache ist ja die, irgendwo müssen wir heute Nacht pennen und Tino hat da Felsen gesehen und der Fels in der Wüste so anstatt in der Brandung. Da fahren wir jetzt mal hin, haben wir vielleicht ein bisschen Windschatten und schlagen da unsere Nachtlager auf und morgen fahren wir weiter Richtung Emmamid, Zagora, irgendwie so. Das sieht doch ganz lustig aus hier, oder? Damit kann man was anfangen. Schon die Frage, von wo kommt der Wind und wie stellen wir uns hin? Wir haben wieder unser U gebildet im Wind der marokkanischen Wüste. Es ist, ich weiß gar nicht wie viel Uhr, irgendwas 18 Uhr, schlag mich tot. Die Sonne steht noch recht hoch und es ist echt schön. Toller Spot, 27 Grad. Perfekt. Einer hat einen riesen Brand. Moda ist es nicht. Ja, und jetzt erstmal durchschnaufen und ankommen. Jetzt kommt gleich wieder ein paar Bier. Mein tägliches Stufenputzen geht mir heute, somit auch erledigt. Tja, grandios. Seit zig Kilometern keinen mehr gesehen, aber auch sonst war nicht viel los. Ihr habt es ja gesehen, haben ein bisschen durch die Gegend gecruised hier. Lustige Aufnahmen gemacht, Fotos geschossen. Kann ja nicht immer supergeil und abwechslungsreich sein, aber es war trotzdem herrlich hier zu fahren, weil einfach keine Sau hier ist. Ich vermute jetzt einfach mal, wir haben hier einen ruhigen Abend und eine entspannte Nacht und morgen geht es weiter. Und zwar in diese Richtung, dann allerdings mit Sonne von hinten. Ich habe da was gehört. Es gibt Essen. Das ist wie bei der Armenspeisung hier. Also die mit den Armen halt. Ja, das reicht, danke. Uh, danke schön. Es gibt echte marokkanische Tasche du Maul. Ja, da. Ah, haben wir uns ein bisschen verdient. Ein Hoch auf Mona. Ja. Blaola-Welle für Mona. Danke fürs Kochen. Lecker. Knirscht leicht. Ein Scherz. Wo wart ihr? Mittlerweile Grabenacht. Da hinten verklingt das letzte Tageslicht. Hier geht die Lampe an und wird gedimmt. Und weil heute Samstag ist und wir alles gut überstanden haben heute, gönnen wir uns jetzt noch einen kleinen Schlummer-Trunk. Wir haben ja noch leckeren Jameson und Rum-Karamell. Und ich weiß nicht, was Mona da macht, aber sie steht am Herd. Grießpudding. Ey, und jetzt klaut er mir hier meinen Schnaps. Das glaube ich ja nicht. Jetzt bin ich gerade schon näher an meinen Höckerli hin und jetzt trägt er es nochmal weiter weg. Kopf. Dass ich es näher bei mir habe. Ja, merke schon. Da sitze ich wieder drin, beschließe den Tag. Wir haben zusammengeräumt draußen und jetzt geht es mal ins Bett. Ein paar Stunden schlafen. Ich bin echt durch. Ich bin hier gerade schon am Rechner schier eingepennt. Es ist 23 Uhr und somit Zeit fürs Bett. Morgen geht es weiter. Runde, keine Ahnung, 100 Kilometer nochmal oder so. Piste. Bis wir dann in Emhamid ankommen sollten, hoffe ich. Und dann gucken wir mal, wie es weiter geht. Für heute aber geht es nur noch nach hinten. Und dann ins Bett. Wir sind alle durch. So, und also gute Nacht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr hier immer live dabei und informiert. Und Dankeschön auch für das Amazon Partner Link verwenden und den PayPal Support. Coole Sache. Freut uns immer riesig. Und jetzt gute Nacht. Ciao zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.